Also dann, ich sollte wieder dahin gehen, wo es verrückt zugeht. Vergnügt euch. Sie sind schon hier! Umringt den König! Beschützt den König! Spreicht ihn hinaus! Bringt ihn hinaus! Weg hier! Dein Clan! Los, los, los! Umringt den König! Aufkommen! Ein Stolzhaft, Männer! Ihr müsst ihn hier rausbringen! Hinaus mit ihm! So fahr ab! Geh mir aus dem Weg und lebe! Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Es ist mir egal, wer du bist. Ich bin der Mann, dessen Frau du getötet hast. Und? Sag mir ihren Namen. Was? Den Namen der Frau, die du abgeschlachtet hast. Alles, was zählt, ist, dass sie tot ist. Sie verbrachte ihre letzten Stunden auf den Knien. Gah! Tch! Vielen Dank.